Luxus, hoi, hoi, herz Willkommen zu einer neuen Folge Gravity, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein, yes, okay, volle Konzentration auf Dropper, es ist mindestens zwei Wochen her, dass wir die letzte Runde gespielt haben, oh Gott, oh Gott, yes, okay, Michelle, ja, ich will dich jetzt nicht sonderbar fertig machen, aber ich glaube, ich bin einer der Ersten gleich, ich warte auf dich. Hey, ich verstehe das, ich bin die ganze Zeit hier am Wasser gestorben, wo ist denn das Portal? Ich bin drin, da in der Ecke, ach, willst du mich verarschen, das war harschhaft, ich habe einen Screen mit dir, Michelle, guck, ordentlich, Michelle, lächel, nein, Michelle, falsche Richtung, jetzt ist es zu spät, ich hoffe, er konnte sein Foto machen, oh Michelle, jetzt werde ich es dir zeigen, okay, oh. Oh, das ist das hier, oh, da muss man den richtigen Ring treffen, yes, perfekt, okay, erste Stage habe ich geschafft. Auch. Oh Mann, willst du mich eigentlich verarschen? Ja, würde ich gerne. Gott, wie oft spielst du diesen Modus, Michelle? Äh, 50 Mal in einem Tag. Du gehst doch kaum noch duschen. Ja. Michelle, deine ganze Freizeit geht für den Modus drauf. Du bist so süchtig, dass du nicht mal zugeben kannst, dass du süchtig bist. Was, ich, äh, doch. Nein, nicht schon wieder dieses Level, ich hasse es. Verarsche, ich bin auch im Wasser gestorben. Bin ich ja geil. Ja, das ist mir bis, kommt, als nächstes dieses Rain Level? Nee, ist das das letzte? Nein, du bist erst in Stage 4 und ich bin fertig. Willst du mich eigentlich verarschen? Vielleicht solltest du anstatt dieses Spiel zu suchten mal wieder duschen gehen, Michelle. Du stinkst bis hier rüber, verdammt. War mit Hattie duschen. Weißt du, ich würde mir die alte Michelle wieder zurückwünschen, die noch geduscht war, die geleckt hat, die nichts in Gravity gerissen hat. Weißt du, du bist schon wieder Erster. Du hast mit 20 Sekunden Vorsprung gewonnen. 20 Sekunden, bau doch erst mal 20 Sekunden Vorsprung aus. Das ist dein Tagesinhalt. Den ganzen verdammten Tag, bis du schlafen gehst, Dropper zu spielen. Na gut, manchmal ruf ich nicht Hattie an, aber sonst eigentlich immer, ja. Okay. Und dann treffe ich mich mit ihr und dann... Wird Dropper gespielt. Genau, und sie ist dann halt auch bei mir und dann spielen wir zusammen Dropper. Okay. Aber Hattie ist doch eigentlich schlecht. Ja, aber steht halt nur Leben dran. Weißt du, manchmal mache ich mir wirklich Gedanken, dass du nicht mehr isst, nicht mehr richtig schläfst, nur um Dropper zu spielen. Ja, ich mache eigentlich gar nichts mehr. Du bist gar nicht mehr lebensfähig, oder? Du spielst nur noch Dropper. Nein. Du wartest, bis Gravity endlich eine ESL-Meisterschaft wird und dann reißt du alles ab. Michelle wird der erste Profi ESL-Gravity-Gamer. Ich sehe es kommen. Ich bin hinter dir. Willst du mich eigentlich verarschen? Wie hast du mich jetzt überholt? Keine Ahnung. Du hast mehr Glück als Verstand in dem Spielmodus. Habe ich wirklich. Gott, das kann doch nicht sein, als ob du das First Try schaffst. Das tut mir irgendwie leid. Wie du das so emotionslos sagst, als ob es dich gar nicht mehr berührt, dass du so vorankommst. Gott, das kann doch nicht sein. Irgendwie ja nicht, ne. Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Jetzt gleich, bis du im Ziel warst. Aua, nee, da bin ich einmal gestorben. Wow, das erste Mal, oder? Ja, irgendwie, wenn ich ehrlich bin, irgendwie ja schon. Gott, ich treffe das Loch nicht. That was he said. Wow. Du hast wieder mit einer Minute sechs gefinisht. Wieder? Ich war letztens mit einer Minute vier. Wow. Ja. Es geht also quasi nur noch um die kleinen Sekundenstellen. Ja. Da merkt man mal, dass du schon Meister bist. Ganz ehrlich, jetzt mal for real. Wie oft spielst du diesen Modus? Ich schaffe Planetary nicht. Ich schaffe das einfach nicht. Hör auf, so dreckig zu lachen. Ja, aber das kann er jetzt nicht warten. Oh, ich darf skippen. Endlich. Dankeschön. Wow. Das hast du mir nicht gegeben, Michelle. Doch, ich hab dir das gegeben. Du als oller Gravity-Gott sogar die letzte Stage-Fail ich. Aber ich kann noch fünfter werden, wenn alles... Doch. Nein, das ist nicht... Noch einer. Hä? Ach, das war Stage 4. Loy, wie weit vorne warst du denn? Gott, willst du mich eigentlich verarschen? Seit du dein neues Internet hast, Michelle, du bist abgehoben. Verdammt. Ich bin Gott. Du hast dich einfach verändert, Michelle. Ich will die alte Michelle zurück. Verdammt. Ja, dann zieh sie aus dem Schuhkarton. Ich hab's geschafft. Aber ich werd nicht mehr fünfter. Weißt du, wie traurig das ist? Ja, komm, lauf. Nö, ich lauf da jetzt nicht rein. Kannst du vergessen. Ich geh jetzt ein Buch lesen, ein Gutes. Ja, viel Spaß. Ich empfehle dir Hattie. 101 Fakten über Hattie. Sie ist aus wie ein Emo. Du hast rote Haare. Ich seh aus wie Lennart. Lennart, es tut mir leid, okay? Niemand wird diesen Joke verstehen. Lennart, es tut mir leid, okay? Das sieht er eh nicht. Der ist im Urlaub momentan. Okay, Jokes vorbei. Let's go. Au, au, au. Verdammt, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Ich hab's. Schön, Michelle. Ich zerschlag an der Kante unten. Oh, jetzt kommt eine ganz dunkle Map für dich. Nein. Ganz dunkle. Als zweite Stage? Ja. Willst du mich verarschen? Was kommt denn Schönes? Oh, nein. Oh, nein. Es kommt meine Lieblingsmap. Ich seh nichts auf der Map. Ich seh gar nichts. Ja, jetzt ist meine Lieblingsmap da. Also, du kannst mich überholen. Du kannst mich dauerhaft nur überholen. Ich bewege mich nicht mehr. Ich bewege mich. Nein. Was? Ich war fast unten. Und dann zerschlag ich. Ich seh gar nicht, wo ich hinfalle. Ich hab's geschafft. Wie auch immer ich das hingekriegt habe. Das war mehr Glück als Verstand. Oh, ja. Jetzt überhole ich dich. Aber ich habe Angst vor dieser Map. Wegen der riesigen Spinne. Wegen den mehr riesigen Spinnen. Ich hab's jetzt auch geschafft. Michelle, ich komme. Ich hol dich auf. Und ich werde dir deinen Arsch versohlen. Verdammt. Wir fangen jetzt nicht an mit der Pyjama-Party. Michelle, du stinkst. Geh bitte vorher duschen. Ja, bin ich. Okay. Wie fühlst du dich jetzt? Sauber? Nein. Okay. Eigentlich noch dreckiger als vorher. Weil du duschen warst. In was gehst du denn bitte schön duschen, Michelle? In Hattie. Das ist, äh, widerlich. Das denkst du, aber ich finde das ist ziemlich erotisch. Hast du's geschafft? Ja. Wollen wir beide gleichzeitig drücken. Okay. Drei. Zwei. Eins. Go. Ich wusste, du mieses Stück, dass du nicht drücken würdest. Das ist wie dieser Falltest. Ich würde dir vertrauen, ja? Und du würdest mich eiskalt aufschlagen lassen. Ich geh jetzt kurz zur Post. Okay, Michelle, jetzt versohl ich dir den Arsch. Ja. Ähm. Das war die falsche Bemerkung dazu, Michelle. Oh Gott. Bitte schlag mich nicht. Das wird mir wehtun. War das die richtige Bemerkung? Ja, das war die richtige Bemerkung. Aber kurze andere Sache. Michelle, weißt du, was das hier für ein Level ist? Essen? Ja. Und jetzt? Michelle, was ist auf einmal los mit dir? Ich schaff das erste Level, by the way, nicht mal. Oh, arme Stink. Und ich bin halt eine... Ich zerschlag... Ja, endlich darf die Stage skippen, Michelle. Jetzt hole ich auf. Welche Stage bist du? Vier. Wieso bist denn du schon vier? Also ich bin jetzt gerade durch zwei durch. So, zack. Oh, Mann, ich erster. Aber du bist gleich zweiter. Ja, das werde ich sogar. Kirk? Ja. Michelle, manchmal geht in mir die Frage... Was ist bei dir eigentlich alles verkehrt? Du stöhnst drum. Yeah! Wie das Crack-Kit, Mann. Du weißt ja nicht, was ich alles so in meiner Freizeit mache. Oh, hier ist ein Schwamm. Hallo. Michelle, lass den Schwamm in Ruhe. Der will hier einen Kamotroll machen. Lass den. Knabber das jetzt bitte nicht an. Davon kriegst du safe Durchfall. Nö. Hör auf, Michelle. Michelle, ich wisch das nicht auf, wenn du hier in der Dropperrunde auf einmal mitten in der Luft anfängst, dich breit zu sprühen. Oh. Also, Finger weg von dem Schwamm. Gibt es eigentlich auch etwas, was du nicht isst, Michelle? Oh nein, es ist so dunkel. Ich sehe nichts. Ich sehe alles. Oh, Mist. Ja, das ist mies. Du weißt genau, dass mein Monitor übelst dunkel ist. Kauf dir ein Besseres. Oh, by the way, ich würde es gerne nochmal erklären, weil ganz viele Leute schreiben Hallo oder mach doch einfach deinen Minecraft-Teller. Das hängt damit zusammen, ich habe sehr, sehr, sehr empfindliche Augen, die sehr schnell rot werden und da ich sehr viel am Computer arbeite, habe ich einfach meinen Monitor die ganze Zeit sehr dunkel, damit es meinen Augen einfach ein bisschen besser geht. Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Ich dachte, ich bin gut in der Zeit. Ja, bist du auch? Ja. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Hast du schon dreimal gefragt? Ich habe dir immer die gleiche Anzahl gegeben. Hör auf den Tüchst, um mit mir zu reden! Du hackt! Du bist ungeduscht und du hast nichts anderes zu tun, als pausenlos Gravity zu spielen. Klar bist du da irgendwann besser, wenn ich alle Maps ausfällig kenne. Ja, ja, ausreden, Michelle, ausreden! Okay, hast du es auch? Nein. Ja doch, so ich sehe das im Chat, du! Ich vernichte dich. Du hast keine Chance, Michelle. Ich werde zwar nicht Erster, aber ich werde vor dir ins Ziel kommen und werde es dir beweisen! Okay, und nach was schmeckt das? Hattie und Hatties Haare. Woher weißt du, wie Hatties Haare schmecken? Weißt du, wie sie riechen? Oh mein Gott, oh mein Gott! Ich wäre fast noch Erster geworden! Wer hat es vor dir schon wieder ins Ziel geschafft? Oh nein, wir starten direkt nicht mit B! Ich glaube, ich glaube, ich habe den Trick raus. Ich habe es geschafft! Ja, ich werde aber jetzt Zweite. Nein. Doch. Mal auf, Michelle. Ich bin da schon! Du hättest doch auf mich warten können! Ich bin zwar erst in der zweiten Stage, aber ich wäre schon auch angekommen. Nein, sogar die Waffel ist vor dir. Ne, die ist sogar noch in der ersten Scheiße. Ja, du gehst doch gerade. Nein! Ich bin erst Stage 4. Ich bin jetzt gleich auf Stage 5. Ja, siehste, geh ins Ziel. Ja, warte. Ich muss auf Stage 5 schaffen. Ich kann auch Dritter werden. Wenn mich jetzt keiner überholt. Guck mal, da ist ein Wal. Da ist ein Oktopus. Da ist ein Schiffgrüttel. Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Komm schon. Okay, ich stehe vor dem Portal. Was bringt dir das jetzt? Ne, ich laufe jetzt hier noch runden. Ich challenge im Gegensatz zu dir. Ich setze mir kleine Challenges, anstatt hier nur so rumzuhacken und die ganze Lobby vollzustehen. Oh Gott, oh Gott. Und das würde ich sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen logischen Video wieder. Bis dann, bleibt er logisch. Haut rein und logisches Cheerio. Ciao.